hey leute und zwar das ist jetzt die letzte folge von unserer minecraft staffel 1 und ja eigentlich hatten wir diese folge schon vermisst ich habe zufällig noch meine alten aufnahmen gefunden die sind aber extrem kaputt also irgendwie habe ich da so ein lag drin irgendwie mit einem oder zwei frames pro sekunde ist es mega am lecken aber besser als gar nichts ich habe jetzt die aufnahme von einer stunde 40 minuten zusammengeschnitten auf eine finale folge und er hat ein bisschen darüber weg dass das ein bisschen legt ein bisschen dass das extrem legt und dann seht ihr wenigstens noch was bei der letzten aufnahme passiert ist viel spaß und bis zur nächsten staffel oder so hallo herzlichen glückwunsch zu minecraft hallo 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 und weiter geht so ich habe gerade nur eine stunde pause gemacht und jetzt geht es weiter ich mache das da oben rechts und du machst bambus und machst dein kram da unten alter ist das viel wo sind wir also alle karten eben da waren noch vier drin was die anderen habe ich verbraucht für das da unten erwarte eine kannst du haben ja eine hatte ich noch vom letzten run so ich bin hier und ich muss bis dort und und von dort 1 nach oben ich gehe los und ich brauche essen hier stehen bleiben stehen bleiben holla holla die waldweh wo ich ich weiß hier in die er da bist du abgebaut auf meiner reise ok wie wir das mitgegeben 13 jetzt habe ich 23 ich nehme mal der sich westliche steck daraus mein gott das ist überhaupt nicht gewachsen wir haben kein essen mehr jetzt gar nichts mehr 0 ja dann füttern wir uns mit zombie vielleicht davon alles ja also ein bisschen scheiß ist da noch aber wir müssen jetzt bald mal weizen bauen und so und viel größeres feld brauchen wir wir werden uns von von brot ernähren müssen ja das tiere sammeln das so oder da Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Boah, das ist krank. Das darf nicht sein. Ich habe so ein gutes Mikro. Ja, es ist zu gut. Es nimmt alles auf. Oh nein, jetzt fängt es links-rechts zu drehen. So, ich bin bei der Karte. Ich baue die jetzt heil. Jetzt bist du zu Hause? Ja. Oh Gott. Ich habe sechs Karten. Frische. Frischlinge. So, hier noch das Papier. Und so. Hä? Was? Was? Ist gerade die Welt wirklich so aus? Das gibt's doch nicht. Die passt aber mit unten zusammen. Aber wenn ich die austausche? Bleib da hängen. Nee, die passt mit unten nicht zusammen. Die zwei oben im Eck passen nicht. Die im ganzen Eck passt auch nicht zusammen. Warte, jetzt bin ich jetzt doof? Ist die denn überhaupt richtig? Ja, die ist richtig. Ja, warte, ich zeig dir das mal. Alter, ich hab wahnsinnig. Oh, die Gartenstücke. So. Wenn jetzt dies hier dort ist. Dort ist. Dieses komische kommt daneben. Da, wo das andere vorhin war. Wo das andere die ganze Zeit zeigt. Das ist jetzt richtig. Wie hast du das jetzt gemacht? Das passt. Ja, da war dort das falsche. Gehörten das hier dann hin? Die zwei waren vertauscht. Nein, das war's. Jetzt passt das jedenfalls. Hörst du die letzte Karte da rein? Nein. Die war ja vorher die ganze Zeit da. Das, was ich hier hab, ist doppelt. Das hast du da hinten. Das heißt, wir brauchen die im Eck hier noch, oder was? Das, was ich jetzt hab, ist das da. Das ist doppelt. Das war die ganze Zeit dort, wo wir das nicht wussten, wo es hingehört. Das ist doch jetzt doppelt. Ich dachte, ich war da hinten im Eck. Gut, okay. Also, Karte, komm her. Alter. Karte. Komm her. Das ist jetzt noch eine doppelte Karte? Ja, da reingelegt. Gut, die zwei sind wieder doppelt. Okay, die gleich mal verbrennen. Ja, oder? Gewerks, bist du da beim Kartenraum? Mir fällt grad was ganz anderes ein, was ich eh noch machen wollte. Ähm, ich bin nicht beim Kartenraum, ich bin grad unten in der Min, am Min. Dann, komm. Ja, ja, ich bin am Weg. Yay, geschafft. Oh, hier kann ich nur schauen, ob hier ein Kabel ist. Ähm. Natürlich nicht. Ach. Tja, die Karte, äh, die behalte ich dann mal auf, komm ich. So ist mir die Kiste. Cool, finden wir nur noch ein, nur noch sechs Felder. Die schaffst du auch noch, oder? Heute noch? Ja. Nicht genug Karten, glaube ich. Oh, hier hab ich noch drei, ich guck mal nach, in den Zuckerrohr. Oh. Was ist dir denn anderes aufgefallen? Wie anderes aufgefallen, hä? Ich hab grad angefangen, mit dir ist irgendwas anderes aufgefallen. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Du hast angefangen, dafür ist mir irgendwas anderes aufgefallen, hab ich gesagt. Dann komm hoch. Was, was anderes? Was war das Thema? Weiß ich nicht, du hast es mir nicht gesagt. Ja, was war denn das Thema, auf das ich dann so reagiert hab? Ich hab nur gesagt, Kjöwex, bist du beim Kartenraum? Und du, was für eine Warte, mir ist grad was anderes dafür aufgefallen. Nein, das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß. Ich glaub halt, dass das so war. Laut mein Hirn. Ich brauch Kompasse. Okay, ich krieg maximal, ach, ich kriege maximal, vier Karten zusammen bisher. Naja, kann ich ja wieder machen. Ach, du Scheiße. Ich hab da fast ne Karte aktiviert gerade. Ich hab ne Karte aktiviert gerade. Oh neeeeee. Egal, ich hab noch sechs Karten. Jawohl, das geht sich da doch noch aus. Bist Stein und dann Sand kommt. Hey, du bist da. Hey, da ist Sand. Schau, das klappt nicht. Das ist aber gut. Warte, wir haben noch. Wir sind in der Truhe. Okay. Also schau. Wow. Da wohnt einer. Nee, jetzt hast du es darauf getan, jetzt hätten wir ihn nicht mehr angezeigt. Doch. Ich werde es sogar angezeigt. Okay. Okay. Ich muss jetzt hier rüber, den Garten, dann zu diesen zwei Füßen hier. Da, da, im Wasser. Die Füße im Wasser, die Stiefel, und die zeigen sie nach unten. Und da renne ich dann zu den zwei Wasserfüßen vorbei. Du, du machst das so. Du gehst hier, die Burg, nach Süden. Bis du bei dem Wassertümpel ankommst. Nö, ich mach diese Zeug meiner Art. Jacka, bekommt dein Skin. Bitte, tu mir das nicht an. Du siehst eklig aus. Weißt du das? Jawohl, weiß ich. Lecker. Jacka hat nicht so eine Stimme. Lecker Jacka will. Alter, du bist so arsch. Mann, ich. Komm, deine, schwarze. Wah, was mit dir? Wah! Komm her, die Karte ist fertig. Wah! Alter. Hey, cool, ein Vulkan. Mhm. Ja. Hey, die Karte ist super. Ja. So riesengroß. Stell dich hin, ich mach einen Scooter da. Nee, komm her, ich will dir was zeigen. Und dann machen wir Folge aus. Komm her. Jop. Ich mag aber nicht so aussehen. Ist jetzt auch egal. Nein. Alter. Ja, ich bin Checker. Wey! Das ist ein schöner Checker. Guck mal da runter. Ich bin jetzt erst drüben, Alter. Ich hab ein halbes Herz verloren. Abkürzung in die Mine. Alter, wie arg. Wann hast du das denn gebaut? Ja, während du das letzte Teil gemacht hast. Ich hab ein halbes Herz. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast du dich nach oben gebaut oder nach unten? Nach unten. Und gleichzeitig dann verkleidet noch. Hast du das gut erwischt. Halt das wieder nicht schlecht, dass du das gemacht hast. Cool. Ich abkürzung in die Mine. Hast du gedacht, ich schmeiß dich in den Tod oder was? Ich hab mir nicht gedacht, dass ich das überlebe, weil dieses Wasser da so wieder stoppt. Woher wusstest du das? Hast du das getestet? Du hast es gerade für mich getestet. Ach, also. Also, ähm, naja, ich hab das schon ein paar Mal gebaut, aber ich wusste jetzt nicht, dann musst du halt abwägen, mit der Höhe, wie viel Wasser du nimmst. Wenn du zu wenig Wasser nimmst, dann kriegst du zu viel Schaden, wenn du zu viel Wasser nimmst, dann dauert es ewig bis unten ankommst. Aber scheint genau gepasst zu haben. Danke fürs Testen. Aber ich wusste, dass du nicht stirbst, sonst hätte ich das nicht gemacht. Los, lass uns sammeln. Ja. Sieht cool aus. Mich ärgert es ein bisschen, dass wir hier so ein Podest brauchen, weil das stört so ein bisschen. Dann tu es weg. Dann mach die vordere Schicht hier noch weg. Weißt du was, wollen wir da noch einen Rahmen drumherum? Ich ziehe da noch einen Rahmen drumherum. Mach doch, gib mir da mal eine Axt. Nein, wir ziehen da jetzt einen Rahmen drumherum. Aus Gold. So reicht das, Podest. Sonst sieht man das unten ja nicht. aus Gold. Okay. Wirklich, Alter. Wie viel Gold haben wir denn? Viel zu viel und wir brauchen es wenig. Das machen wir erst für die Booster und dann können wir es immer noch abbauen. Alter. Wo hast du denn so? Ich habe echt genug Gold dafür. Hilfe. Ich habe echt genug Gold. Alter. Ich habe echt genug Gold. Ich habe echt genug Gold. Wie arg. Jetzt glaubt jeder die ganze Wand ist aus Gold. Ja, außer man schaut hinten. So hinten auch noch verkleiden. Mit Gold. Ich habe echt genug Gold. Wie arg. Ich meine. Wie viel Gold haben wir? Das ist arg. Wir können so richtig OP-Äpfel machen. Darum fand ich es auch nicht schlimm, dass Thunder einfach Äpfel gemacht hat. Wir haben eh genug Gold. Aber die Kiste ist ein bisschen scheiße. Die muss weg. Swag. Los. Lass du aufhören. Okay. Ciao, Leute. Fangen wir an, aufzuhören. Tschüss, Leute. Tschüss. Bis nächste Folge. Wai, die Karte bin ich. Ja, Mann. Fuck, Jack. Tschüss. Alter, bin ich happy, dass die Karte fertig ist. Ja, ich auch. So riesig. Vor allem, wir sind wirklich noch zweimal rundherum gegangen. Anstatt einmal. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so fucking groß wird. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Gold haben. Das hätte ich nicht gedacht,